Er ist da. Willst du nicht kommen? Willkommen zu Hause, Daniel. Mach den Mund auf. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es ist für uns alle schwierig. Hey! Das liegt! Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Sag mal, ich schaue nach deiner Mutter. Wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Weißt du, was unser Geheimnis ist? Ich koche und sie putzt. Und am Wochenende tauschen wir. Auf dich. Ich geh vonatuig ab. Du hast du mal.